Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ob das wirklich stimmt, konnte man in den vergangenen zwei Wochen auf dem Flugplatz naht hautnah testen. Bereits zum 15. Mal fand dort das Sommerlager der Segelflieger statt. Etwa 60 Hobbypiloten und die, die es noch werden wollen, nutzten die Gelegenheit, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Also es ist nicht ganz so, dass ich sagen kann, ich komme mal Mittag vorbei, guten Tag, jetzt will ich mal hier ein bisschen mitmachen. Die Fliegerei ist schon eine ernsthafte Sache und da muss man sich entsprechend natürlich darauf vorbereiten. Und da gehört Theorie dazu, da gehört ein bisschen Bürokratie dazu. Also prinzipiell natürlich, aber dann muss man sich entscheiden. So was kann man nicht halb machen. Also das muss man richtig machen, sonst hat es wenig Sinn. Wer denkt, es braucht besondere Voraussetzungen, um sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen, der ört. Ja, also was viele nicht wissen, mit 14 Jahren darf man so ein Segelflugzeug fliegen und wenn man in der Ausbildung entsprechend fortgeschritten ist, sogar alleine. Und man muss durchschnittlich gesund sein. Ich sage immer, wer so gesund ist, dass er problemlos einen Führerschein bekommt, kann eigentlich normalerweise auch Segelflieger werden. Ein anspruchsvoller, aber kein elitärer Sport. So würden die Verantwortlichen des Aero-Clubs das Segelfliegen beschreiben und haben auch Angebote für die, deren Geldbeutel noch nicht so prall gefüllt ist. Ja, da lasse ich immer gern die Leute schätzen. Was meinen sie, was muss man im Monat ausgeben? Unsere jungen Leute ohne eigenem Einkommen fliegen für 40 Euro Flatrate im Monat. Und ich denke, das ist vergleichbar mit anderen Hobbys, musizieren oder reiten gehen, durchaus nicht teuer. Was man aber nicht verschweigen darf, es kostet eine Menge Zeit. Man muss eben am Wochenende 9 Uhr da sein, damit was passiert und die Abende werden lang. Ist der Flugschein gemacht, gilt es natürlich einige Dinge zu beachten, damit dieser auch gültig bleibt. Schließlich soll die Mühe am Ende nicht umsonst gewesen sein. Ja, nach neuesten Regelungen muss man innerhalb von zwei Jahren 15 Flüge machen und fünf Stunden fliegen. Das ist relativ wenig und ein aktiver Segelflieger fliegt viel mehr. Der fliegt an einem Tag mehr als fünf Stunden unter Umständen, so bei Wettern, wie wir die jetzt hier haben. Im Sommerlager könnte man in diesem Jahr auch wieder Gäste begrüßen, die nicht gerade um die Ecke wohnen und den Weg aus Oerlinghausen und Bad Selstedt fort nach Naht auf sich genommen haben. Und das aus guten Gründen, wie sie selbst erzählen. Die Ruhe, es ist Urlaub, die Gastfreundschaft, es ist sehr schön hier zum Segelfliegen. Der Boden bietet gute thermische Bedingungen. Man kann weit nach Tschechien und Polen fliegen oder auch nach Westen, Thüringer Wald oder Bayern. Wenn man in der Mitte Europas ist, hat man sehr viel Platz und gute thermische Bedingungen zum Fliegen. Eher so abends das Zusammensitzen und dieses Gefühl, dass halt jeder hier was gemeinsam hat, also das Fliegen und das ist schon schön. Das Besondere ist eben, dass wir meistens hier im Osten eigentlich sehr gute Verhältnisse vorfinden von der Mythologie aus. Das heißt, wir brauchen als Segelflieger immer Aufwind, was als Thermik bezeichnet wird. Und diese Aufwinde sind natürlich über trockenen Gebieten, über Sandböden besonders gut. Und diese Sandböden findet man hier im Osten riesengroß. Und das haben wir in Kleinformat bei uns in Erlinghausen am Teutoburger Wald. Da ist ein Streifen, der ist vier Kilometer ungefähr breit und so 15 Kilometer lang. Und das geht hier über 200, 300 Kilometer bis weit nach Polen rein. Wichtig ist, dass der Spaß trotz aller Lernerei und Konzentration nicht zu kurz kommt. Darum kann am Ende eines Fluges mittels GPS-Übertragung auf dem PC verglichen werden, wer am weitesten geflogen ist. Ein bisschen Kräfte messen gehört dann wohl doch dazu. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann gerne mal beim Aeroclub auf dem Naterflugplatz vorbeischauen und dann vielleicht auch mal über den Wolken fliegen.